Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer 14 von Voxel Tycoon. Ja, letzte Folge haben wir zwei Sachen falsch gemacht. Ich habe einmal die Station in Heubach nicht da hinzugefügt, die da ganz oben im Norden war. Und das zweite ist, den LKW habe ich auf falschen Linien gesetzt. Das heißt, ich habe ihn nicht Fracht fahren lassen, beziehungsweise schon Fracht fahren lassen, aber nicht Erz, sondern Holz. Das ist also auch verkehrt. Dann müssen wir nach dem Intro mal reingucken, ob der da jetzt an der Holzbude steht, wo er abholen soll und da wartet, dass er beliefert wird. Geht ja nicht, ne? Dann würde ich sagen, bis nach dem Intro, ne? So, dann schauen wir mal. Gehen wir erstmal zu dem LKW hin, der da schon die Schlange stehen lässt, wie wir sehen. Der war verkehrt. Der muss irgendwas in Heubach mit Eisenerz machen. Eisenerz, Merkstatt, Holz, 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 Kohle. Gibt es da keine Linie oder was? Oh, da muss ich wohl was falsch gemacht haben und lasse den erstmal dahin fahren, weil dann fährt er da erstmal weg und die anderen können erstmal weiterfahren. Und dann bedeutet das ja, dass wir hier irgendwo Fahrzeuge haben, die keine Linie haben, oder? Der ist schon richtig. Der ist... Eisenbahn. Individuelle Route. Da haben wir es, Merkstatt, Abzweig, Heubach, West. Ja, das ist es. Bearbeiten. Speichern als. Okay. Der fährt auf jeden Fall da noch drauf. Jetzt müssen wir nur den, den wir gerade ausgewählt hatten, da drauf setzen, ne? Eisenerz zu Heubach, West. Ja, gucken wir mal in diese Liste. Kann man das sehen hier, dass das Routen sind? Individuelle Route, aha. Ist nicht die einzigste wohl. Sortieren wir hier mal nach individueller Route, oder? Hier unten sind einige Individuelle Route und so ein Shit. Meierichstadt Ost. Meierichstadt Ost. Gibt es da denn wohl eine Linie für? Was bringt er denn da hin? Kohle. Okay, das bedeutet, wir müssen ihm nur Kohle, Melderichstadt Ost hier geben. Dann ist der schon richtig. Und der hier, warte, den machen wir schon mal zu. Meierichstadt Abzweig ist klar, Heubach, West. Der kriegt dann auch die Route, Eisenerz zu dahin, passt. Und das sind zwei Holzrouten. Machen wir erstmal die anderen fertig. Heubach, West. Der kriegt dann auch diese. Eisenerz zu Heubach, West. Hier unten ist noch einer. Der kriegt auch diese Route. Passt. Weg. Weg. So, und dann haben wir hier noch ein paar Holz-Lkw. Meierichstadt Südost, Gefräß Süd. Holz, Holz, Melderichstadt Süd, wäre es gewesen. Ja, die Linie gibt es wahrscheinlich nicht. Gefräß Süd. Okay. Speichern. Holz zu Gefräß Süd. Und fährt hoffentlich. Holz zu Gefräß Süd. Heubach, West. Warte mal, da. Nach da. Ah ja, das passt. Da sind die Holzträger. Bearbeiten. Speichern als Holz zu Heubach, West. Ich hoffe, die Linie gab es auch noch nicht. Können wir schließen. Ja, die gab es wahrscheinlich noch nicht. Ne, das ist Melderichstadt. Holz. Ah, die gibt es jetzt zweimal, da müssen wir gleich nochmal dran. Holz zu Heubach, West, die gibt es jetzt sogar dreimal. Super, oder? Na, jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Melderichstadt West. Was war das Holz, ne? Gibt es, glaube ich, nicht. Holz zu Mary statt West. Ja, die gibt es noch nicht. Den kannst du schließen. Den nimmst du. Und gibt es ihm die gleiche Route, wie wir gerade aufmacht. Holz zu Melderichstadt West. Läuft, ne? So, das ist richtig. Hier haben wir noch eine individuelle Route. Gefräes Süd. Der kriegt dieses. Und das war's. So, jetzt haben wir aber hier noch Heubach West. Heubach West hat fünf Fahrzeuge da drauf. Eisenerz, das ist auch nicht, wir brauchen ja Holz zu Heubach West. Dieser hier ist das. Dann können wir den schließen. Holz zu Heubach West. Der ist das. Ich hoffe, das macht jetzt keinen Unterschied, dass wir da Holz liefern und das Engens. Die Route ist ja die gleiche, ne? Holz zu Gefräes. Holz zu Heubach. Holz zu Werges. Hier ist noch ein anderer. Holz zu Heubach West. Und jetzt habe ich hier keinen drauf. Da gibt es aber drei Punkte. Entfernen. Ja. Und da gibt es auch keinen drauf. Entfernen, bin ich mir auch sicher. So, und dann... Gucken wir nach Details. Der hat Holzträger da drauf. Ja, und Holz wird aber auch hingebracht, will ich hoffen. Das haben wir schon geschafft. Jetzt brauchen wir noch die Nordwestroute. Kann ich die hier... Ah, da kann ich so aufrufen. Ah, nee. Da müssen wir erst Fahrzeug anzeigen. Gibt aber kein Fahrzeug. Also wir müssen erst ein Fahrzeug haben. Dann ändern wir die Route. Kann das erstmal weg. Jetzt müssen wir auch genug Geld haben. Nee, haben wir noch nicht mal. Ich glaube... Na super. Hier hat es geklappt. Ah, der muss ja nichts mehr hinbringen, ne? Das bedeutet... Kohle zu Mellrichstadt-Ost. Bring das mal da hin. Dann fährt er auch wieder. Der entlädt noch. Wie weit ist das hier? Ist schon fertig. Neue Forschung starten. Stahlverhütung ist fertig. Stahlherstellung. Holzbearbeitung. Schaltkreis brauchen wir. Haben wir nicht mehr Teilverarbeitung. Da brauchen wir einen Erzbau. Ich glaube, wir machen das mal. Dann kann der auch weiterfahren. Und der Stau löst sich um die Claire auf. Und da braucht man acht Barren für. Und einer läuft schon. Die fahren jetzt alle wieder zum Glück. Wir machen mal eine Stufe schneller, denke ich mal. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Geld reinkriegen. Weil das ist jetzt gerade eben schiefgelaufen, ne? Achso, da oben war ja noch eins aufgegangen hier. Fahrzeug ist unrentabel. Steht da eins noch drinnen? Ne, ne? Fahrzeug fährt jetzt wohin? Müssen wir gerade gucken, wo der die Kohle lässt. Da. Ja, passt aber. Okay. Das ist nichts Schlimmes mehr. Hier sind zwei von. Dann läuft das auch. Die anderen Fahrzeuge fahren alle. Jetzt sollte langsam dann auch gleich wieder Geld reinkommen. Fahrzeug kaufen. Wir brauchen diesmal einen Bus. Der jetzt 34 kostet. Aber wir haben gerade gar nicht viel Geld. Gerade mal 3000. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir eben diesen großen Stau da hatten, dass kein Geld reinkommt, ne? Aber hier wird geladen. Hier sieht es auch gut aus. Hier ist noch nicht mal, dass eine Schlange entsteht. Und hier beim... Abzweig fürs Eisenerz ist auch alles gut. Was schlecht ist, ist das hier... Ja, das eine Häuschen ist jetzt schon voll, ne? 38. Da kommt wieder Kohle rein. Hat er gerade vollgeladen. 42. Ich weiß nicht, ob der das aus dem auch noch rausnimmt, wenn. Muss mal gucken. Weißt du was? Das Problem ist, dass wir hier wieder Geld rausholen, ne? Und deswegen da nichts mehr wird. Wir müssen mal ein Fahrzeug da rausnehmen. Machen wir gerade weg. Das nächste, was jetzt hier kommt, das ist der. Den werden wir woanders draufsetzen, weil das hat so keinen Sinn. Wir müssen da weniger hinliefern. Weil das zu teuer wird auf Dauer. Eisenerz zu befräst Südwest. Jetzt ist die Frage, ob er das automatisch passend lädt, ne? Meldere Stadt, Gefräß. Wo war Gefräß? Das muss noch weiter hier unten sein. Da hinten ist es. Der Bus fährt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der hier gleich richtig anhält, ne? Der liefert das Richtige. Nicht, dass der da Eisenbahn hinbringt. Da hätte man ein Problem. Eigentlich automatisch stand da, ne? Ist aber nicht automatisch, sonst shit. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier mit Eisenerz an. Dann haben wir ein Problem, ne? Gut. Geld geht gerade nicht hoch. Ich glaube, das haben wir noch richtig gemacht. Und es schafft, dass der das Eisenerz nimmt, ne? Kann das sein. Vielleicht hat er da irgendwo umgedreht und holt das dann. Also die 34 dauern gerade ein bisschen länger. Aber wir können schon, ne, können wir nicht. Wir konnten ja nicht die Linie umbauen, ne? Oder kann man die Linie woanders umbauen? Flotte. Sichtbarkeit. Freie Kamera. Tutorials. Ne, die brauchen wir mal nicht. Ich bräuchte, wenn die Linien, aber... Sonstiges. Objektinformationen. Ne, ich glaube, die Linie kann man nirgendwo angucken, ne? Doch, vielleicht hier. Ach nee, das ist Zug. Okay, das geht noch nicht. Wir kriegen auch kein Plus, wie wir gerade sehen, ne? Insolvenzverdienten vermieden, weil wir da genug Holz jetzt hinbringen wieder. Okay. Wo war das denn alles passiert? Okay. Wahrscheinlich wegen dem Stau oder sowas kann das sein. Wir haben nur 1350 da. Haben wir hier noch zu viele Fahrzeuge drauf? Eisenbarung können wir auch woanders hinliefern oder nur da? Wohl nur da. Hä? Da ist gleich gar kein Fahrzeug mehr drauf. Oder wie sehe ich das? Ach, Eisenerz zum Meldereichstattanbau. Okay, wir haben aber Eisenbarren. Ich hoffe, das ist noch mit Eisenbarren richtig, ne? Hier ist nochmal Kohle. Da ist nur einer drauf. Dann machen wir Kohle zu Abzweig. Müssen wir aber hier auf Kohle umschwenken gerade. Ah ja, Stein haben wir nicht, also fällt das wieder flach. Wo ist die Verkaufsstelle? Dort. Kriegen wir aber nicht. Schrecklich ist klar. Aber wir haben noch keinen Stein. So, wir haben jetzt noch einen von der Dingens runtergenommen. Sag schon. Von der Forschung, ne? Die Forschung läuft immer noch. Jetzt war aber keiner mehr drauf. Und jetzt geht es langsamer, hoffe ich. Weil jetzt ist nur noch ein Eisenbahn da drin. Aber wir müssen irgendwie auch mal ein Geld kommen, damit wir, ne? Vorher kommen wir mit dem, sag schon, Fahrzeugbau. Ja, ich glaube, es ist nur noch einer auf der Strecke. Könnte sein, dass das jetzt was wird. Wir haben da unten auch schon 10.000. Und ich sehe noch kein Fahrzeug, was jetzt hier mit Eisenbahn durch die Gegend fährt. Die Bahn. Ach, okay. Er hat hier ein Problem, ne? Voll, voll. Alles klar. Okay. Dann. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, hier war das, oder? Nee. Doch, Lagerhäuser. Kostet 51. Ja, das ist jetzt doof gelaufen, ne? Jetzt müssen wir da 30 zusammenkriegen, um so ein Häuschen da hinzukriegen, damit das wieder weiterläuft. Mach jetzt. Kohle. Und dann läuft es erstmal wieder. Ja, das müssen wir nochmal in den Griff kriegen, da läuft was falsch, ne? Das bedeutet eigentlich, dass wenn der gleich weg ist, der anders laufen muss. Die akzeptieren weniger Eisenbahn. Die akzeptieren weniger Eisenbahn. Aber da gibt es gar keine Eisenbahn, ne? Wo ist denn Mälerichstadt? Mälerichstadt Nord. Ach, da oben ist Bus. Alles klar. Ja. Habe ich hier Mälerichstadt Nord da, aber mit Holz. Das heißt, das muss eine andere Route werden. Entladen. Halt hinzufügen. Herz war das, ne? Das gibt es ja hier. Laden und das Ganze voll. Speichern als. Kohle zum Mälerichstadt Nord. Nee. Abbrechen. Das muss Eisenerz werden. Speichern als Eisenbahn zum Mälerichstadt Nord. Jetzt soll es richtig sein, ne? Wo ist er? Kommt gerade. Kriegt Eisenbahn. Ja. Gut, dann sollte das da oben auch laufen. Das kann zu. Wir haben 33.000. Müsste jetzt gleich der Kauf möglich sein. Da ist er. Das macht er aus. Den machen wir gerade da hin. Labor kann erstmal weg. Labor kann erstmal weg. Industriegebäude ist schrecklich mit Eisenbahn. Das passiert aber. Ja, das war dieser. Okay. Und jetzt müssen wir hier noch gucken, dass wir das Fahrzeug, den Bus nochmal kriegen. Oh, jetzt habe ich den natürlich nicht ausgewählt mehr. Da oben. Halt hinzufügen. Nee. Route ist Stadtbus Heubach. Und dann bearbeiten. Sind wir schon hier in Heubach? Nein. Nach dem Nordwest soll er nach Nordost. Den haben wir letztes Mal vergessen. Transfer. Und nach dem Nordost fährt er zum Süd. Wo ist Süd? Ist das hier rechts? Ja. Ja, passt schon. Fahr mal. Okay. Details. Der wird Passagiere fahren. Wo ist er? Kriegt gerade Eisenerz. Ich glaube, läuft, oder? Gut, dann haben wir das wieder gerade gerückt. Sollte jetzt funktionieren. Er hat Passagiere drinnen. Die fahren auch. Er hat gerade abgeliefert. Da ist es schrecklich. Nachfrage 15. Null im Lager. Gucken wir mal den Bus an. Der fährt jetzt da lang. 10 von 10 ist voll. Steigen aus, steigen ein. Alles ist gut, oder? Jetzt nur die Frage, ob er nie angeliefert wird. Das würde ich noch gerne mitbekommen. Also der Bus ist okay. Und er hat gerade geliefert. Und die haben auch was. Okay, gut. Dann funktioniert es erstmal, ne? Gut. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt ihr mit, welches nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Karten teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.